hallo und herzlich willkommen zurück beim letzten mal haben wir eine weile gepennt aber auch nur ganz kurz sie sind jetzt gut ausgeruht wir haben fast 24 stunden geschlafen sind wir bereit mega tollen schritte und asche zu legen nein natürlich nicht in der letzten folge sind wir einfach das ganze westland gerannt haben wieder sämtliche händer über den tisch gezogen und haben uns wieder ein paar sachen geklaut wo haben wir es hier jede menge nach sich geräte und den restlichen verstärker pack ich mal wieder ein warum benutzen wir eigentlich nicht den sicht verstärker hier erhält das ganze nur der hat da nicht so einen dämlichen blauton ach so weil der viel heller ist jetzt weiß ich wieder warum ok der bringt die bringen da noch ein bisschen mehr aber von dem preisunterschied ist das nicht so ganz gerechtfertigt wie viel zahlt man 6000 kronen korken dafür 2000 also nicht so sehr gerechtfertigt aber es ist helllicher tag da brauchen wir dazu sowieso nicht einmal speichern bevor ich rausgehe denn fallout ist wie eine diva manchmal mag sie dich mag sie dich und manchmal schreit sie dich nur an oder im fallout 3 fall lässt sich selber abschmieren wo das gerade so gut läuft wollen wir noch mal probieren in hi ähm 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 was stirb ist das eine todeskralle was zur hölle ich glaub wir werden angegriffen das war eine todeskralle alter hab ich Glück gehabt dass ich nicht da reingegangen bin es gibt getarnte todeskrallen das ist ja brutal bloß robotar ich wünsche ihnen einen schönen aufwand wünsche ich dir auch die typen waren aber dahinten genau in dieser richtung das könnte unser tod bedeuten riesige red skorpione und sie haben ninja moves drauf und ich darf dich anpacken und ich darf dich anpacken das wäre total dann greift er uns an oh da ist die letzte und ich hoffe dass diese alte die sich dann lieber ausgehen ist das letzte sie sind tot du das mister hör sie bitte auf willkommen in megaton ja willkommen in megaton redest du etwa mit den leichen oder mit wem redest du ich nehme einfach mal alles von denen mit kann ja nicht schaden dann gehen wir nochmal in unser versteck denn in unserem versteck was ist denn das okay junger schattenjäger noch so ein vie können wir uns noch ein paar neue waffen einpacken wenn wir in den supermarkt gehen ja dann viel spaß warum sitzt der wieder da da portet sich einer durch die gegend da portet sich einer durch die gegend so dann gehen wir mal hier wieder drauf und packen unsere sammelmittel ein Baseballhandschuhe nicht mehr ach da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt verdammt dann haben wir die hämmer die kameras mit pappel pümpel schachbrett und tassen trinkgläser und wunderkleber super und dann gehen wir wieder raus haben wir irgendwas was wir weglegen könnten oder so guck mal und da kommen wir jetzt in den alter waffen wir haben uns jetzt total viele Hunde geklaut gekauft so ist das ausnahmsweise haben wir zwar was gekauft ist das nicht wundervoll jetzt fällt mir gerade was auf guck mal wir haben für unser Jagdgewehr haben wir einen wert von 25 kronkorken wo wir mit unseren handelsfähigkeiten wahrscheinlich 12 rausschlagen könnten mein gott sind wir gut und moira will uns das ding für 28 kronkorken andrehen wer ist jetzt der idiot sie anscheinend nicht mehr sondern ich weil ich diesen rotz kaufe also eigentlich habe ich diesen rotz auch nie gekauft und so rotz ist es auch gar nicht mal gucken das schrotgewehr hat es nicht so ganz gebracht wir hatten noch hier noch ein anderes schrotgewehr genau dafür habe ich sogar was gekauft finde ich sehr gut das müssen wir nur dann nach einmal reparieren denn das sieht nicht gerade sehr gut aus 10mm pistole SD alter ich liebe unseren waffenschrank hier da ist einfach so viel drin äh minigun gettling ok dafür haben wir eine ganze menge 5,5 der braucht auch nochmal andere munition alles braucht eine andere munition man der macht 66 schaden oh unsere 136 ok nein das glaube ich wir nehmen das ding ist ein bisschen kaputt da hatten wir doch oh alter das hat aber auch eine ganze menge nehmen wir gerade mal beide das war die falsche können wir aber auch beide aus dem schrank nehmen dann können wir die mal zusammen reparieren damit wir ein bisschen mehr platz in unserem schränkchen kriegen eventuell sollte ich meinen umhang anziehen meinen umhang meinen magischen umhang äh um besser reparieren zu können das machen wir doch gerade mal damit unsere sachen dann auch nach danach nochmal besser aussehen so verkleiden wir uns nochmal wie unser als volt kit kind so oh sogar mit hochgezogenen ärmeln oh du bist ja super ich sehe wirklich aus wie ein mechaniker wie ein deppenmechaniker natürlich wie ein deppenmechaniker ich kann gar nicht aussehen wie ein normaler hat sie ja das ist doch ganz gut dann packen wir die mal wieder in den schrank waffen bitte boah alter ich hoffe ich werde wirklich irgendwann mal wieder gesund das ist ja unglaublich oh das macht fast elf schaden mehr nachdem wir das repariert haben äh die wollten wir behalten ich habe doch erstmal genug munition was haben wir hier noch ich repariere jetzt einfach mal alle sachen die wir mehrmals haben und die zu reparieren sind die beiden könnten wir noch reparieren die hier nicht haben wir davon noch ne haben wir keine kaputte version davon die beiden könnte man auch noch reparieren die hier nicht wir könnten auch mal ein paar waffen verscheuern wir haben hier so viel und vor allen Dingen haben wir so viel doppelt die 44er Magnum gut habe jetzt glaube ich keine Muni für gekauft die beiden unsere geliebte MG3 guck ich mal ob ich da vielleicht sogar was rein reparieren kann zwei von diesen gammelschrot-gewehren guck mal so damit repariert kann ich da die anderen MG3 rein reparieren nein leider nicht dann das einmal macht doch direkt mehr schaden aber das Ding ist trotzdem besser das ist eine MG3 eine deutsche Waffe da muss man doch fröhlich sein Moment haben wir hier 28 Schaden wenn wir die rein reparieren haben wir das wollte ich gar nicht machen haben wir ja gut zwei Schaden mehr das hat es richtig gebracht Alter wie viele Sachen für leichte Waffen wir jetzt haben die beiden können wir auch zusammen reparieren da würde das drei Schaden mehr machen okay haben wir sonst noch irgendwas was wir jetzt hier extra eingepackt haben dafür ich sehe nichts ich sehe nichts mehr ich bin blind oh mein Gott ich sehe nichts mehr so war das zwar nicht gemeint dann packen wir das Zeug da mal wieder rein denn alter meine Nase juckt das ist ja ekelig ich hasse es krank zu sein oder erkältet zu sein das reicht mir schon die M60 hat auch nicht wirklich sehr viel Munition und die wiegt sehr viel die packen wir mal weg müssen wirklich mal ein bisschen aufräumen so viel dabei Endolaser brauchen wir auf jeden Fall wie immer das Lasergewehr ja gut wenn wir da mal mehr draufskillen würden wäre das auch richtig nützlich denn das macht nur 24 Schaden ich glaube wir könnten es erstmal weglegen wir haben zum Beispiel das Ding hier das macht mehr Schaden legen wir es erstmal in den Schrank aber wir legen es in eine andere Kiste haben wir hier ja da haben wir Spezialwaffen mit denen eventuell den Raketenwerfer Hellfire haben wir noch einen Raketenwerfer ne den haben wir haben wir den verkauft doch da ist er der Raketenwerfer hätten wir lieber die Raketen sparen können und das Ding nehmen können das macht nämlich dreimal so viel Schaden hey unsere Gewichte geht auch wieder ordentlich runter wenn man so eine Bazooka reinlegt ist natürlich klar dass das passiert haben wir irgendeinen Schrank wo wir ne das ist Verkaufszeug was haben wir denn da alles oh tja da hat man noch Sachen zu verkaufen das ist natürlich super haben wir irgendwo einen Schrank übrig wo wir einfach mal Sachen rein tun können die wir oft benutzen ich würde mal nicht behaupten dass da Waffen rein passen vielleicht einfach hier in den Schrank irgendwann einfach hier in den Kleidungsschrank dann wissen wir wenigstens da sind die Sachen und da gehören die hin was wollte ich denn da jetzt rein tun ah ja genau das Lasergewehr die Walther würde ich total gerne reparieren aber wir haben keins mit dem Ziffernrohr realistisch wäre es jetzt wenn wir das alte da auch rein tun könnten könnten wir ein paar von den Sachen loswerden zum Beispiel die Impulsmine die Plastormine auch einfach mal die ganz fetten Splitterminen spannen wir uns mal auf haben wir die hier noch Splittergranaten ich will jetzt auch nicht zu viel weglegen da haben wir auch noch eine ganze Menge Plasmagranaten auch mal weg und die können wir noch behalten die einzelne dann wird unsere Inventarliste auch ein wenig kleiner die Walther könnte ich obwohl die Walther ist eigentlich eher zweitrangig na gut sie kann ich jetzt auch wieder hier mit rein tun denn die benutzen wir ja nicht jedes Mal schönen Sortierfolgen so die ACP Luger die wollten wir auch nicht unbedingt verwenden die 10mm die manchmal wenn Gegner hinter uns herlaufen oder sowas aber da haben wir mittlerweile eigentlich fast genug ach wie kommen die behalten wir die 3 3kg hier die wir mit uns rumschleppen brauchen wir die wirklich ganz dringend? na auch nicht unbedingt ich will nämlich jetzt wirklich mal richtig viel Platz rausholen das den brauchen wir auch nicht denn wir haben ja hier unsere STG 44 Trennmesser hat sich das als würdig erwiesen? als würdig? bist du würdig? nö brauchen wir... naja wir haben die Gatling dann können wir die Arcade auch reinlegen es geht aber 8 lich runter da freut man sich doch direkt der Endolaser wiegt 10 und das Ding, alter ist kein Wunder wir haben allein mit den Teilen haben wir schon 40 kg mit den 3 Waffen dann haben wir noch das Teil dabei da könnten wir jetzt tatsächlich mal hier den hier rein reparieren denn ansonsten geht das Ding irgendwann schmieren welchen habe ich ausgerüstet? achso der im Schrank liegt bringt sogar noch mehr so rein reparieren das ist doch schön wieder unsere alte Kleidung anlegen wie viel wiegen die? auch nur eins könnten wir rein theoretisch mitnehmen obwohl wir könnten ja noch hier, was haben wir? die Walter noch ein bisschen ja, oder einmal zusammen reparieren wir müssen noch ein bisschen mehr auf reparieren drauf gehen ansonsten wird das für uns hier nichts die STG, weiß ich nicht mal ob du die damit reparieren kannst so, dann können wir jetzt was hab ich denn hier irgendwas auf den Boden gelegt Reparaturteile Waffen dann spacken wir mal ja ich hab Spacken gesagt, ich meine auch Spacken davon ein paar Sachen da rein davon einfach auch ein paar Sachen wenn wir schon finden, auch wenn wir das in das Falsche reingetan haben so, das reicht eigentlich, oder? dann gehen wir doch mal in den Supermarkt rein ab in den Supermarkt der Hund ist noch alles am brennen, ey ich könnte die Waffen auch nochmal auf die neuen Slots drauf tun da haben wir die Walter gut, die brauchen wir eigentlich nicht auf den quickslot, quickslot, keine Ahnung machen wir mal die Minigun auf 2 3 haben wir unser Jagdgewehr, das ist gut auf 4 einfach mal den Endolaser äh ne, machen wir auf 4 die STG 44 dann haben wir auf 5 den Endolaser auf 6 die Walter und auf 7 das Trennmesser und auf 8 einfach mal die meisten Granaten also die Granaten, die die meisten Munition hat und ich hab den Flammenwerfer vergessen soll ich den Flammenwerfer da noch mit rein tun? tu hier anstatt der Pistole wo hab ich die Pistole getan? da hab ich ihn getan dann haben wir den Flammenwerfer auf 6 die Pistole werden wir glaube ich die Altsauf brauchen die ist zwar ganz gut, um sagen wir mal teure Munition zu sparen aber, naja, ansonsten würden wir damit nur sterben und ich sollte meine Schleichrüstung anlegen dadurch sind wir deutlich besser und machen mehr Schaden ne, halten mehr Schaden aus so rum war das oh, oh shit was kommt denn da schon wieder? wo denn? mein Gott, wo denn? höh höh alter, ah, oh ist das ein brennendes Ding? ne, das brennt nicht dann können wir doch hier ein bisschen drauf pfeffern können wir den überhaupt treffen? ich weiß es nicht, was bei den Ameisen ich darf nicht zu weit nach hinten rennen hopps, oh oh, was geht da unten? da kämpfen sie oh, geht's dir nicht gut? oh nein, lauf doch nicht weg hast du Angst? ich treff den gar nicht ich hab ne Idee was haben wir hier? haben wir das Ding? komm her mein Freund ich geh auch ganz nett mit dir um denn damit treffen wir wenigstens au das war natürlich sehr schlau alter, ich hasse diese Hitboxen davon Moment, auf 6 stehst du auf Grillen? ich nämlich schon nur nicht auf die Grillte Ameisen ich treff den nicht mal damit guckt euch das an womit soll ich den denn sonst angreifen? konntest du mir das bitte sagen? nur mit ah, mit dem Endolaser blazer das war natürlich wieder klar das ging daneben obwohl, nein, das hat eigentlich getroffen sonst wäre hier keine Zeitlupe du triffst den einfach nicht aha stirbst du auch mal? aaaaah endlich haben wir getroffen und das Ding ging ein bisschen in den Boden gut, dass es das nicht verwandelt hat oder sonst hätte ich diese Textur löschen müssen Alter, wie viel Schaden ich durch so eine scheiß Ameise kriege ich vergesse echt immer noch, dass wir eigentlich immer noch total schwach sind was denn der Endolaser wieder da hinten rausguckt ich habe übrigens ein bisschen an der Rendereinstellung krumm gefummelt wenn euch ein paar mal ein Video auffällt und ihr sagt irgendwie was ich, oh die Qualität ist viel schlechter du bist voll kacke das sowieso aber wenn die Qualität mal schlechter ist einfach Bescheid geben dann stelle ich das wieder ein bisschen nach oben denn meine Datei Dinge sind schon teilweise echt groß für so 10 Sekunden habe ich dann 150 MB oder so also nach dem Rendern schon nach dem Rendern da vorne steht einer ach schon wieder Raider und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel die Qualität einfach mal von 90 auf 61 runtergedreht und ich habe jetzt so ein bisschen was bemerkt aber die Datei ist wirklich von 150 für 10 Sekunden ist die jetzt auf 11 MB für 10 Sekunden runter also könnt ihr euch vorstellen wie sehr mir das hilft mit den Uploadzeiten weil sonst hänge ich da teilweise für eine Folge immer so 3 2 bis 3 Stunden jetzt bei Dead Island deswegen habe ich damit angefangen das zu verändern weil das ging gar nicht richtig groß geworden teilweise irgendwie 5 GB pro Dings dann hatten die so 700 Minuten Uploadzeit ich würde mal sagen es lief so gut es lief so gut wie gesagt wenn ihr irgendetwas nicht mögt an der neuen Auflösung sagt dann Bescheid und haut mal ein Like rein und wir sehen uns haut rein Ciao